Wo ist es? Wo ist es? Wo kam denn der jetzt her? Komm hin! So, geht los. Morgen Jungs! Und Mädels, wir spielen SCP Containment Reach. Wir haben eine Map von... Was soll ich das sagen? Von Dr. L.P. mit Zombie. Die Map heißt Dr. Zombie. Dr. Zombie. Wir haben sie das letzte Mal schon mal gespielt. Genau, und jetzt versuche ich mich mal daran. Und wir enablen nicht die Intro-Sequenz. Start. Yeah. Ja, wir haben keine neuen Zuschauerfragen an dieser Stelle. Aber wir können euch schon mal was ankündigen. Und zwar erscheint bald ein Spiel. Daylight nennt sich das. Daylight, genau. 9 Euro noch was. 9 Euro. 9,29 Euro. Danach kostet es 14 Euro. Also es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. What the fuck hat er aufgemacht? Ja. Habe ich alles? Ne, die Gasmaske bin ich nicht. Und wir werden es dann ab dem 14. April, glaube ich, spielen. Wieso macht er ständig auf? Weiß ich nicht. Ich hole die Gasmaske jetzt nicht, oder? Ich brauche die, ne? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich kann nicht wegschauen, weil dann macht er wieder auf. Wo ist die Gasmuske? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich glaube, das wird heute nix. Wo ist die Gasmaske? Wo ist die Gasmaske? Ich glaube, jetzt wird ein Regal erst da. Ja, stimmt, stimmt. Wir waren noch die Batterie. Nein, 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 nein. Ja. Sehr gut. Kommt es dort irgendwie nicht so klar. We have to get out of here. Also das war jetzt ein bisschen... Also ich glaube, es ist so ziemlich immer rechts rum gewesen, was ich gegangen bin. Dort kommt dann 914. Und dann müssen wir irgendwann zurück. Und die andere Abzweigung nehmen. Ja. Das war ziemlich gut alles hier aneinander. So, da kannst du mal hier ein Ei oder sowas legen. Ein Ei? Da, dass wir wissen, da ist der Anfang. Ich packe da jetzt einen Codhaufen hinten. Ah, ein Zeck. Das ist gut. Ja. So, und ich würde jetzt rechts angehen. Rechts, ich mache hier aber zu. Das tut mich sonst ein bisschen irritiert. Ich glaube, bis dahin sind wir dann wieder zurückgekommen, oder? Ja, und dann irgendwie gestorben. Weil an das SCP-008 erinnere ich mich noch so ein bisschen. Und unser Kumpel ist wieder da. Das Shooting Squad ist in. So, ist er jetzt da? Nee, es klingt nicht so. Ich setze trotzdem mal die Gasmask auf. I put on the Gasmask. Das ist heute so ruckelig. Schau mal, wenn wir 15 Bilder pro Sekunde. Ja, das ist ganz komisch. What the hell? Was ist denn? Es ging gerade noch eine Tür auf. Du bist jetzt aber ein. Na gut. Sag ich. Nein. Nein. Kein Türgeräusch wahrnehmen können. Nein. Kein Türgeräusch wahrnehmen können. Dann müssen wir jetzt hier lang? Ja. Okay. Da fällt er. Ja. Auf mich runter. Ja. Hast du wieder gern. Ach ey. So und jetzt? Weißt du es noch? Ich schau mal links zuerst, was da ist zumindest. Mist. Ah, das ist der. Okay. Jetzt habe ich offen lassen. Oh. Wie kommt ihr denn draus? Yeah. Ah, okay. Sehr gut. Es ist gar nicht so weit. Sesam öffne dich. Und jetzt schmeiße ich da mal mein Zeug rein. Mal gucken, wie ich das jetzt hinbekomme. Oh ja, ich habe getroffen. Ja, schaut gut aus. Oh ja. Eins geht noch. Ah ja, stimmt. Zwei eigentlich, aber mehr kriegst du nicht rein. Nein. Ich würde ganz hinter gehen. Ach so, müsste es rechnen, oder? Nee. Reicht der nicht. So weiter. Ein Käse ist das doch, oder? Ja, dann mach er zuerst die Karten. Ja, glaub auch. Sehr schön. Starte die Schönheits-OP. Die Schönheits-OP. Oh, da ist noch was. Da können wir halten, wir haben noch Platz. Bisschen. Wir wissen ja nicht, was noch kommt. Nein. Das ist ziemlich schwach. So, also dann geht es wieder los hier. Kann eine Weile dauern. Machen wir wieder auf Fine, würde ich sagen, dann später. Jetzt auf 1 zu 1, oder? Very Fine geht aber auch. Echt? Dann machen wir jetzt mal 1 zu 1 und dann mache ich Fine. Ich glaube, das wird irgendwie nichts mit dem Very Fine. Aber letztes Mal schon, ne? Dass es irgendwie beim Very Fine immer verkackt hat. Ja, eine zumindest. Eine ging. Immer. Ja, und die andere nicht. Und dann haben wir die nochmal mit Very Fine machen wollen. Und dann wird es immer wieder zum Mastercard, glaube ich. Meinst du, der Nine-Tailed Fox kommt hier rein? Er könnte bestimmt. Jetzt putz, putz, putz und dann... Jetzt unser Gehirn an diesem Apparat. Das ist jetzt echt schön gesagt. Bin ich gespannt. Komm, Level 3. Komm, 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 komm. Zwei Mal? Dann kann jetzt einer nochmal hier. Mit einer, ja. Zeig ich ja. Die andere. Dann können wir die Gasmaske oder? Ne, ich meine, wir müssen eine Werbung nachher Fine. Du kannst eine Very Fine machen. Ach komm. Mach doch immer, was du willst. Ja gut, gehen wir weiter, oder? Nein, Maske noch. Maske. Und die Strange Portal wollen wir die auch? Ich lasse mal das Medicate. Ich glaube, Medicate ist besser als Strange Portal. Meinst du? Du weißt halt, was passiert. Wenn du angeschossen wirst halt vielleicht. Da bringt es ein bisschen was. Kriege ich den noch mit rein? Ne, nicht da, wo du stehst. Toll. Das ist aber Lack. Das ist immer Lack. Weil ich glaube, wenn unter dir noch schon ein Item liegt, dann schmeißt du das so randommäßig in einem bestimmten Radius und nicht herum. Soll meine Radius verkleinern? Meistens ist es halt dann außerhalb von diesem Bereich da. Verstehst du? Und jetzt außerhalb zufällig noch da drin. Ich meine, die Idee ist nicht schlecht, ne? Dass es sich nicht ineinander stellt. Erst so wie hier. Ja. Unlogischerweise. Jetzt geht er nämlich, oder? Jetzt habe ich als Medicate doch mal. Ja. Die Gewohnheit. Okay, jetzt geradeaus zurück. Immer. Geradeaus. Ja. Dann kannst du nur auf dem richtigen Weg sein. Wenn wir Glück haben, ist der Night of the Fox inzwischen am Anfang angekommen. Du meinst erst drin, ich habe Angst. Ich glaube ja nicht. Los, einfach durch. Aber letztes Mal war er auch bei dieser Map, ne? Da war es dann doch... Das war aber so in einem Raum, glaube ich. Da ist er nochmal in so einem Raum gespawnt, ja. Obwohl ich schon durchgegangen bin. Na, das ist schon wieder. Ja, oder war das... Das war doch der Raum, wo er als letztes dann drin war, oder? Oder nicht? Das kann nämlich sein, dass er eben noch da drin war. Weil er seitdem irgendwo anders gespawnt hat. Das kann sein, ja. Oh fuck. Der ist da drin, oder? Ja. Jetzt müsste der Night of the Fox da stehen. Das ist ja auch krass. Du gehst mir in die Gegend. Bom, bom, bom. Was ist denn das? So, das war bei mir auch. Verkackt, oder? Scheiße. Ja, das war doch dieser spezielle Raum da. Wo die Türen wahrscheinlich am Anfang beide offen sind, oder? Ich weiß es nicht. Was passiert, wenn ich jetzt da speichere? Steht der dann auch noch da? Natürlich. Probier mal es. Probier es. Was ist... Fünf, ne? What the fuck? Oh, scheiße. Ich habe es geschafft, ihn zu drehen, Mann. Ihn zu drehen. Ich glaube es ja nicht. Ja, load game. Mal gucken, ob er noch da steht. Vielleicht schaffe ich es ja dann auch noch, wenn es jetzt so geht. Auch wenn er da steht. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Wurde der jetzt in der Statue wahrscheinlich. Dreh dich mal in die Ecke und knie dich hin. Mach die Augen zu. Und weinen. Das gibt es doch nicht. Los. Achso. Jetzt müsst ihr gleich Nine-Tailed-Fox reinkommen und ihn abknallen. Bam, bam, bam. Da wird er auf dich schießen, wenn ich den kenne. Wahrscheinlich. Ja, aber was machen wir? Cheaten wir irgendwie, oder? Ja, jetzt nochmal anfangen wäre irgendwie blöd. Ja, soll ich No-Clip machen? Und sterbe ich dann? Ich weiß nicht. Das ist schon scheiße, aber was will man machen, ne? Oh, jetzt ist er wieder aktiviert. Ja, so können wir das nicht hochladen, oder? 12 Minuten. Ja, probier es nochmal an der Stelle weiter zu machen. Wir müssen uns einen Plan überlegen. Ich mach No-Clip an. Was mach ich dann? Da muss ich schnell durch irgendwie... Ich würde einfach in den nächsten Raum gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Durch die Tür. Aber rück jetzt durch die Wand. Und das ist die Tür, wo ich jetzt gerade mit dem Rücken dazustehe? Okay. Das ist echt fies. Da ist irgendein Fehler. Das geht ja wieder nicht. Ist No-Clip noch an? Nein. Haha. No-Clip off. Tschüss. Oh ja. Ja, da war die Tür ja auch offen, ne? Eine zumindest. Weil er da durchging, genau. Hilft sie mir hier zumachen? Dann gehen wahrscheinlich jetzt die andere auf, oder? Was? Maus-Bug. Guck mal. Ob die andere jetzt offen ist? Saubehindert. Kann es nicht absperren. Da kann man nicht. Ja, da kann man auch eine Possibility einstellen. In den Map Creator. Ist es denn eine Possibility? Okay, da kann man durch. Mal wieder. Was? Was, was? Was? Achso, ich wollte zu. Was sag ich immer? Was, wo? Was, wo? Kennst du das? Den Nippel? Ja, ist es denn die Possibility? Nein. Ja, wo müssen wir jetzt? Schauen wir mal da. Okay. Oh, wollen wir zurück? Nein, vorhin. Ja, wir kommen. Wir gehen zurück. Bitte. Ich will wissen, was passiert. Aber wir gehen einfach direkt zurück jetzt. Da, oder? Oh nein. Soll es die läuten. Meinst du? Ja. Ding Dong. Oder? Ne, da war keine Ente, oder? Da, aber das ist offen. Schau, da kommen wir her. Ja. Ne, ich glaube anders. Stimmt ja. Ja, ja. Das schaut eher so aus. Ja. Gehen wir direkt durch. Ambient. Jetzt da. What? Oh Gott! Der haben wir letztes Mal schon gesehen an der Stelle. Aber es fallen jetzt beide. Ja, erstmal waren es beide. Wahnsinn. Weil wir diesmal Noclip gemacht haben. Eieieiei. Was kann ich denn so herstellen? Was soll ich herstellen? Das ist doch geil. Das ist kein Junge. So. Push the button. Ich race jetzt mal ein bisschen, damit wir das Spiel kürzen und da die Maske abhören. Oh, schon wieder. Der kommt voll oft. Bei mir ist man das irgendwie mit einer Possibility. Da steht, ding, ne Intel Fox. War genau das letzte Mal auch, oder? So wieder lang. Da stand er grad. Bam. Da steht immer noch da, siehst du? Ja. Ja und jetzt? Jetzt? Was machen wir? Weiß es reicht, wenn man einfach in einen anderen Raum geht? Warte! Was ist denn da drei? Da standen zwei grad. Ja. Heilige Scheiße. Da kommt, da kommt, da kommt. Ah! Was? Ich lebe doch. Schildbottel. Oh nein. Wieder dasselbe Tod, oder? Jetzt müssen wir auch davon gestorben. Ich glaub schon. Déjà vu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, jetzt mach ich aber auch nicht mal. Ne. Das reicht. Dank für heute. Ich weiß nicht, spielen wir es nochmal. Terminated? Ne, ich weiß nicht. Das ist gut, weil... Wegen der Glocke halt, meine ich. Weil das halt eine gute Möglichkeit dazu ist. Aber das testen wir auch schon an Intel Fox da. Sagen wir, wir hacken das ab. Ja. Wir haben noch viele andere, oder? Das heißt viele, wir haben noch andere. Das wird sich bestimmt früher oder später eine Gelegenheit ergeben. Wie sind die anderen Maps auch mal zum Zuge gekommen? Genau, wir haben ja auch eine neue, der Gamer Map. Ne, nicht der Gamer. RxP. 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 Der Gamer ist der andere Coole. Doppel Penetration und so. Ne, das war die Zusammenarbeit. Ja, mit RxP und der Gamer. Das Collabo Map. Da haben sie kollaboriert. Okay. Ja. Dann sehen wir uns die Woche nochmal. Ja. Dann sehen wir uns die Woche nochmal. Zu einem weiteren Cry of Fear. Gameplay. Episode. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Und ja. Das seht ihr dann. Am Mittwoch. Und dass ihr uns abonnieren und liken und so sollt, brauche ich nicht dazu sagen, ne? Wie immer. Wie immer. Genau. Bis zum nächsten Mal. Es gibt's. Liken, abonnieren, favorisieren. Ja. Followen auf Twitter, auf Facebook. Oh ja. Instagram. Hab ich nicht. Ne, ich auch nicht. Was hab ich noch? Das andere. Tumblr. Tumblr. Aber war ja nicht so gut wie nix. Ja, da follow ich nur. Ja, jetzt, ich hab schon gesagt. Du musst kein Follower sein. Du musst ein Leader sein. Ich hab gesagt, wir verabschieden uns und wir verabschieden uns. Das hat Eminem gesagt, nachdem er gefragt wurde, wieso auf Twitter keinem einzigen followed. Weil er kein Follower, sondern ein Leader ist. Ohohoho. Gut. Gut, ne? Ja. Also, macht's gut. Zum dritten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Mit Fine. We